Hallo und herzlich willkommen, ihr Knifften da draußen, zu der Kampagne von Battlefield 1. Ich hab's schon wieder ein bisschen schleifen lassen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht. Doch, wir waren bei Durchblut und Morast. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Da war man. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Panne. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Das hat er schon mal erzählt. Wir machen Kampagne Neustarten ab dem Punkt, weil ich einfach jetzt gerade gar nicht weiß, ganz genau, wie es war. Ich hab das angefangen und jetzt kam Arma Exile, also Arma 3 Exile dazwischen. Könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen und falls ihr selber Arma spielt, könnt ihr auch mal gucken. Da sind alle Verbindungsdaten zu unserem eigenen Impuls-Server. Nicht davon abschrecken lassen, dass er in Amerika steht. Der Ping ist egal bei dieser Sache. Sir, sie braucht 19 Kötzen. Ah, ja, da war man. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du das, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich seh's. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Das sind nicht mehr unsere Panzer. So, Käffchen. Habe ich gesagt. Was immer. Wes braucht es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Die sind an und für sich alle cool animiert. Nur dieser Typ da eben gerade. Der, ich weiß nicht wie er heißt. Der gerade gesagt hat, gehen wir, Edwards. Der wirkt, weiß ich nicht. Und warum sind die Videos so scheiße animiert? Habe ich das schon mal gefragt? Komm hier rüber. Der Panzer fährt nirgendwo hin und er wird bis morgen tot sein. Ja, der sieht komisch aus. Was, sie? Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchard, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn sie das wirklich wollen, MacManus. MacManus. Gehen sie. Rede dich so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen, als du warme Mahlzeiten, Kleiner. MacManus, jetzt zieh einfach ab. So. So, sag ich. So, sag ich. Wenn ich sage so, dann muss es losgehen. Kann sein, dass es heute ein bisschen länger lädt. Ich habe im Hintergrund gerade noch Antivirus laufen, weil irgendwas spinnt am Rechner. Hoffentlich liegt es nicht daran. Obwohl, das ist echt eine lange Ladezeit. Guckt euch diesen Ring an. Bei YouTube ist das super nervig, wenn man diesen Ring sieht. Aber hier seht ihr den Ring und müsst noch meinen Gelaber ertragen. Ja, und sonst so? Ja, cool. Alter. Das ist ja bitter gerade. Oh, jetzt sag nicht, das liegt an dem Antivirenprogramm. Dann kotze ich. Derzeit, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, spiele ich nicht so viel Battlefield 1. Obwohl ich es gerade erst neu gekauft habe. Das ärgert mich so. Aber mit dieser Arma Exile Mod kommt gerade so ein bisschen, die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, dieses Daisy Löwenherzfeeling wieder hoch. Und vor allem, da es der eigene Server ist, ist natürlich der Ansporn viel, viel größer, da auch die stärkste Macht zu sein. Dass man, wenn man auf einem Impuls-Server spielt, dass man als der Impulser da auch hart mit ansagen kann. Ich habe keinerlei Admin-Recht oder so. Ich spiele da als normaler Spieler drauf. Ah, es geht los. Mein Gott, hat das gedauert. Mal gucken. Ja doch, läuft flüssig. So. Ich weiß, dass es beim letzten Mal nicht so lange geladen hat. Aber ich denke wirklich, es liegt, es liegt daran, dass, äh... Na, sag schon. Das Virenprogramm läuft. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Nicht sterben. So, perfekt hier. Guck mal. Gucken wir doch gleich mal. Äh, wie wir hinlegen? Ah, ja. Hä? Stabil? Okay. Ist das nur die zwei? Ne, da ist auch noch einer. So, sehen wir noch irgendwo was? Mal nachladen. Hiermit konnte man ja schon mal gut ausschalten. Mal das ganze Lager angucken. Paar Schuss haben wir noch. Das heißt also, jetzt erstmal runterdackeln. Und zur nächsten Windmühle. So würde ich es jetzt machen. Wenn ich schon so eine coole Waffe habe. Da ist nämlich die nächste Windmühle. Aber ich muss natürlich auch vorsichtig hier durchgehen und hoffen, dass hier keiner ist. Was haben wir hier? Ich drücke immer die falschen Tasten. Zu viel Armer, ich sag's ja. Stacheldrahtbomben, die sind mir doch egal. Rigotti brauche ich auch nicht. Ich bleibe erstmal. Ist hier gerade irgendwo eine Tür aufgegangen? Ich hänge fest. Oh, schon wieder. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Oh. Besorgen sie Zündkerzen. Eine Zündkerze. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Achso. Wollte ich gerade schon sagen. Freigeschaltet. Okay. Hier ist keiner weiter drin. So. Dann gucken wir mal von hier oben. Runter. Wo die nächsten Kniften hängen. Da hängen die nächsten. Und da vorne ist auch eine Windmühle. Oh, ich bin ein bisschen erkältet. Wundert euch. Wow, 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 wow. Wundert euch also nicht über diese nasale Aussprache meinerseits. Da hinten sind welche. Gehe ich erstmal hier rüber, oder? Alles markieren, was man sieht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Nein, 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 nein. Ich mag ja solche Schleichmissionen. Aber wie ihr gerade seht, ich schleiche auch nicht gern. Ich renne wie ein blöder, beschränkter Typ hier. Durch die Gegend. Okay, den haben wir markiert. Na? Okay, man sieht ihn durch das ganze Haus. Das ist natürlich auch krass. Komm mal einfach auf die Straße. Guck dir deinen Typen an. Der da hinten sucht mich auch, oder was? Ja, los, mach die Tür da weg. Oh, scheiße. Oh. Jetzt komm durch die Tür. So, zwei Typen nähern sich. Oh, komm noch ein Stück. Sonst sehe ich hier nichts rumlaufen. Ist das die Windmühle, die sich bewegt? Oh, fuck. Nicht nachgeladen. Oh, nein. Habe ich echt in so einen Ast reingeholzt? Ja, geh du mal schön weg. Okay, der interessiert sich dafür nicht mehr. Jetzt ist er hier. Kann ich da zu den nächsten Zündkerzen. Komm schon. Komm schon. Ich höre doch was. Aber ich sehe nichts mehr. Na, tolle Wurst. Ja. Ey, das gibt's doch gar nicht. Okay, ich habe nur noch drei Schuss. Das ist natürlich echt bekackt. Fuck, fuck, fuck. Ich hatte auch nicht gesehen, ob jetzt irgendwo hier im Tower noch mehr Munition war. Dahinten fährt das Auto. Oh, wow, 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 wow. Ich muss ein bisschen die Zeit im Blick haben. Kann doch nicht sein, dass ich nur einen von den beiden sehe. Wo ist der andere? Oder ist der jetzt doch krepiert? Ah, scheiß was drauf. Gehen wir runter. Hier gab es leider echt keine Kiste, ne? Fuck. Okay, mal rüber zur anderen Mühle. Vielleicht ist da noch so eine Kiste drin. Für einen Sniper. Oh, die sind in höchster Alarmbereitschaft. Nee, das ist mir zu blöd. Silencer ist okay. Den nehmen wir. Oh, jetzt lädt er erstmal die Knarre nach. Cooler Typ. So. Äh, Meisterschütze hat auch ein Chalet, ne? Nehmen wir das. Ja. So, ganz ruhig. Gelassen. Ah, hier gibt's auch nochmal ne Waffe. Mal kurz hier gucken. Wenn das nämlich dieselbe ist, die ich schon gefunden hatte. Nehmen wir mal die hier. Oh, scheiße. Viel zu laut. Oh, voll daneben. Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber. Okay, wenn er genau da durchkommt. Bereit machen. Erwischt. Okay, ist nur noch einer. Das sollte nicht so das Problem sein. Ah, er bewegt sich. Er bewegt sich. Scheiße, den wird er finden. Komm, geh weiter. Geh weiter, geh weiter. Okay, Luft holen. Nein. Er geht nicht weiter. Er geht nicht weiter. Hä? Wie dumm ist denn bitte die KI? Ist das Absicht, dass sie so blöd ist? Okay, ich muss runter. Jetzt mal die Frage, ob das andere... Ich bin daneben gesprungen. Ob das andere Scharfschützengewehr, was ich schon hatte, das hier, ob das mit Shally gewesen wäre. Mal. Okay, auch nicht. Nehmen wir aber mal mit. Was haben wir hier? Feindliche Feldernbücher. Ach, du Scheiße. Huh. So Sammelwaren habe ich ja gar nicht. So, den holen wir uns jetzt mit der Knarre. Ein Schuss. Ein Treffer. Vendetta. Was ist denn hier der andere Panzer? Ah, da. Oh, falsche Seite. Halbzeit. Leider keine Silent Scope. Das ist total nervig. Aber die Missionen gefällt mir vom Aufbau. Kann ich ja nichts dafür, dass die so doof sind. Also Färsche. Oh, den kriegen wir so, oder? Mal hoch in die Windmühle. Hey, Kamerad. Wie geht's dir? Ich glaube, hier oben sind welche drinne. Ich glaube, hier kommt einer hoch. Weil der ist doch direkt unter mir, oder? Da kommt noch einer. Scheiße. Scheiße. Das war Action pur gerade. Da ist noch einer. Alter. Jetzt wollen sie mich aber stressen, oder was? Hm. Den hat's gerissen, den hat's gerissen. Ihr seid doch alle scheiße. Was haben wir hier? Oh, mal ohne Zoom. Oh, mal ohne Zoom. Gucken wir doch mal. Mal ohne. Mal ohne. Mal ohne. Mal ohne. Ich glaube, hier drüben höre ich auch irgendwas. Das ist natürlich auf die Entfernung doch scheiße. Doch, hab ihn. Okay, das war's. Jedenfalls sollte es das gewesen sein. Oh, der hat auch so einen K98 oder was ist das hier? Jedenfalls fühlt es sich so an. Keine Ahnung, hab grad nicht geguckt. Wo ist denn meine andere Waffe? Da. Ich will, ich will einen Sniper. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. So. Und dann Vollgas, oder? Also es war, das hat echt grad Spaß gemacht, so doof das auch klingt. Auch wenn's so wenig Gegner waren. Aber dieses Randschleichen gut. Das hat nicht funktioniert dank dem Feueridioten. Aber das lassen wir mal hängengestellt. Keine Munition. So, meine lieben Freunde. Damit sollte das eigentlich jetzt geschafft sein. Diese... Oh, fuck. Ich hab nicht... Oh, in die Hand. Au, 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 au. Man denkt ja auch immer, ne? Es kommt anders, als man denkt. Schluck Kiffchen. Schwarzer Bildschirm. Ganzes Wochenende. Ich bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich hab alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche. Du dämliche scheiß Kattrecksmaschine. So muss das. Ach, komm schon. Komm, Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst einen Ort bis den Kampf Bess. Hier ist Kinkzack, oder? Ah, die gute Battlefield-Mucke. Lachen. Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge. So, meine lieben Freunde. Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Das ist etwas für den nächsten Part. Ich mach jetzt hier erstmal Feierabend. Wir sehen uns. Haut rein und bis dann. Ciao. Tschau. Bis zum nächsten Mal.